Der Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen ist beschlossene Sache. Jetzt darf niemand die beleidigte Leverwurst spielen. Die Ampel sagt, wir zählen bis drei. Drei! Dann ist Corona bestimmt vorbei. Beschränkungen wollen wir nicht mehr sehen, auch wenn die Inzidenzen durch die Decke gehen. Guck wie die Ampel die Maßnahmen schreift. Die Maskenpflicht wird uns aufgeweicht. Dies ist das Team Blindflug. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Nö. Vorsicht ist nicht mehr ihr Bier. Planlos geht es ab hier. Die FDP, die feiert jetzt. Sie hat sich wieder mal durchgesetzt. Die Länder fragen, was soll der Scheiß? Ihr begebt euch auf dünnes Eis. Warum habt ihr uns nicht gefragt und das Ding immer leider durchgejagt? Das Verfahren ist unsäglich. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Nein. Vorsicht ist nicht mehr ihr Bier. Im Herbst geht es wieder ab hier. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Der Freedom Day kommt bestimmt, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt.